einen wunderschönen guten tag mein lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von sonic frontiers wir haben immer noch das ziel bzw dem plan alle diese herausforderungen hier bzw schreine abzuschließen was ist da los warum leuchtet der so rot da ist ein großer gegner wahrscheinlich ich will einfach mal hier in dem gebiet wo ich jetzt bin hier auf chronos island möchte ich einfach all die schreine die aktuell existieren abschließen und zwar richtig abschließen das ist so mein plan so lasst einmal des zeugs machen wunderbare sache jetzt habe ich die aufgaben gar nicht geguckt naja egal ich glaube 150 münzen war das ziel und natürlich all die roten oh shit das war gar nichts na komm viele münzen habe ich erst 52 das war eine rote münze ich muss nur noch eine rote münze sammeln dann hätte ich schon alle das war sie nicht schade war das war sie auch nicht bis die allerletzte die müsste jetzt dann bald hier okay also ich habe eine weitere aufgabe schon mal abgeschlossen finde alle roten ringe 43 ja ich muss paar sekunden schneller werden und 150 ringe abschließen nein jetzt habe ich wieder ich habe mich verklickt entschuldigung jetzt landen wir wieder draußen das wollte ich nicht also ich muss doch einige münzen mehr sammeln scheiß mal auf den schüssel geh noch mal rein da komm komm mal abgeschlossen wunderbare sache i think fuck for that also 150 ringe prima hin ja nein ich sage ja geht besser ich würde natürlich in 43 sekunden abschließen das wäre das wäre natürlich der idealfall na komm die da sammelt habe ich halt nicht gesammelt das ist halt scheiße fall mir aber nicht runter hier okay guck mal ich muss in 3 sekunden schon fertig sein und die 150 münzen dann bin ich noch nicht ah das ist ja nicht mehr so einfach an die münzen zu kommen ich denke ich muss das anders machen und zwar ähm ist es denke ich am klügsten wenn ich jetzt einfach ganz langsam mache und die münzen einsammle das wäre eigentlich damit sozusagen beginn und dann nachher können wir auf zeit gehen ne und hier können wir ruhig beschleunigen das ist kein Problem äh schön langsam wir wollen ja alle münzen mitnehmen danke so die nächsten sind wo äh nicht hier nein 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 nicht hier durch so sehr gut dann gehen wir ohne turbo hier durch bitte 145 nein das reicht wieder nicht oder nein es fehlen mir wieder 5 fucking 5 zu wenig ach komm das gibt's ja nicht ey nochmal 5 ich sag immer münzen es sind ringe verdammt nochmal 5 ringe fehlen so schön langsam machen wir es halt so ok dann äh hier alles mitnehmen ok sehr gut dann wirst du hier ganz entspannt durch ok nimmst du hier den 10er mit so noch so noch so jetzt müsst ihr was locker hinkriegen oder die 43 sekunden sind zwar schon vorbei haha aber ist egal komm schon sieben Münzen brauche ich noch die kriege ich da vorne ja komm sehr gut mehr als genug Münzen sind das ja 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 guck mal 200 habe ich jetzt sogar so mein kleiner ok jetzt müssen wir es noch einmal machen und zwar wegen der Zeit come on also let's go scheiß auf die Ringe scheiß auf alles es geht jetzt wirklich nur um die Schnelligkeit komm beweg deinen R-Schlein sehr gut so machen wir eine ordentliche Beschleunigung na ja das könnte von der Zeit her reichen oder ja eine Sekunde perfekt dann haben wir es geschafft Rang S schließe alle vier Missionen ab Halleluja jetzt können wir rausgehen hier perfekto perfekto Combo-Angriffe verbinden sehr gut ab zum nächsten Schrein würde ich mal sagen na ab zum nächsten Schrein ja jetzt kannst du überspringen zwei Modul-Schlüssel ja 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 ähm ich kann ja jetzt schnell Reise machen oder genau zum Beispiel hier hin ok da muss ich nur noch die roten Ringe finden und Rang S sprich ähm wir lassen uns einmal Zeit für die roten Ringe und dann machen wir einmal den Turbo Gang ein und gehen auf die Schnelligkeit der zweite rote Ring den hab ich verpasst ok fragt sich an irgendwo der ist ich frag mich warum die einfach nicht in die Open World so viel Liebe gesteckt haben ach guck mal das ist er auch schon ich meine die haben hier in die Parkour Level so viel Liebe gesteckt das krass aber die Open World zieht fast schon ein bisschen traurig aus na komm guck dir mal diese Level an wie geil ist das bitte guck mal wie geil das ist von die ganzen Details etc oh shit ok ist kein Problem naja wir haben jetzt auf jeden Fall drei von vier Aufgaben abgeschlossen sogar Rang B guck mal ich muss nur 14 Sekunden schneller werden das sollte ich hinkriegen oder das solle ich hinkriegen sehr gut und weiter hoppala das war jetzt ok ja ich glaub jetzt bin ich schon zu langsam fast oder na komm weiter 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 schnell 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 beweg dein R-Schleim ah ich glaub ich bin zu langsam oder? ja ja ich bin leicht zu langsam und ich war nur 9 Sekunden schneller als vorhin krass wie viel schneller ach 5 Sekunden ich bin schon mal 9 Sekunden schneller geworden und ich weiß auch wo ich die Zeit verloren habe das ist mir bewusst ok das ist sehr gut hier hab ich zum Beispiel auch Zeit verloren ja das war jetzt auch in dieser Zeit Verlust komm schon warum mach ich da noch den Extrasprung ich glaub ich bin von der Zeit her besser als vorhin hab ich jetzt auch schon wieder Zeit nein das reicht wieder nicht das reicht wieder nicht ich bin noch langsamer wie bin ich noch langsamer geworden what the hell erreicher Rang S was übersehe ich denn wo bin ich zu langsam wo bin ich zu langsam bitte ja da kann ich direkt wieder neu anfangen ersten Sprung schon verkackt so ist gut ok ja guck mal ja schon guck mal wie viel Zeit ich jetzt gerade verloren habe kann ich schon wieder neu anfangen kann ich schon wieder neu anfangen und schon wieder warum verkack ich den Sprung warum geht doch na komm ich geh jetzt einfach so von Anfang an hier unten durch so und geh direkt so ohne auf die blöden Monster da zu gehen ja ok not bad hai karamba ok ich hab's irgendwie noch hingekriegt aber ich glaub ich bin wieder zu langsam ne es fehlen wieder vier Sekunden das kann doch wohl nicht wahr sein ey verarsch doch immer der andere ist meine Güte meine Güte vier Sekunden ja man ok ok was ist wenn ich von Anfang an hier unten durchgehe das ist doch auch voll gut oder ja da hab ich jetzt aber richtig Zeit verloren ja da hab ich jetzt aber richtig Zeit verloren wenn ich hier durchgehe ja dann muss ich hier nochmal die Strecke wechseln sozusagen ja aber ich bin wieder zu langsam es ist zu langsam es ist zu langsam und es ist belastend na komm komm ich bin hier unten durch ok ich weiß jetzt nicht ob das gut war ne das war gar nicht gut na komm ok geht's direkt nein wieder die falsche gewesen na ok das dacke ich bin ehrlich das ist ne das reicht hinten und vorne nicht ich weiß nicht welchen Weg ich nehmen soll damit ich hier Rang S erreichen kann ich weiß es echt nicht was ist wenn ich aber hier durchgehe perfekt ok na komm bleib mal hier in der Mitte funktioniert nicht perfekt ich bin immer etwa bei ich bin immer zu spät hier gefühlt aber warum ist das so das ist wenn ich hier so unten durchgehe jetzt sind es 3 Sekunden und das obwohl ich am Anfang da kurz stehen geblieben bin ne in die Wand gekracht bin ach scheiße ey das kann doch nicht so schwierig sein verdammt nochmal oder klar komm jetzt so ist gut das war blöd ok viel in Ordnung so so und jetzt geh nein ist wieder falsch gewesen ey das haben wir noch nicht gecheckt oh boy ok wie ist es jetzt von der Zeit her immer noch nicht gut oder ne gar nicht gut ah es ist wieder eine Sekunde schneller gewesen ok da ich denke der Knackpunkt ist dort die Monster dort verliere ich zu viel Zeit dort verliere ich aber zu viel Zeit und das darf eigentlich nicht sein na komm na komm weil der Teil hier der ist super gut hier aber nicht hoch springen einfach so so ja das war jetzt ein bisschen doof aber ist immer noch ok ok ja das ist gut ich glaube ich bin jetzt ein bisschen schneller als vorher und dann verkacke ich es so wow das war so ein guter Versuch so ein guter Versuch komm jetzt wir kriegen das hin wir kriegen das hin ok schön hier durch das können wir so machen so na komm ja guck mal noch schneller als vorhin jetzt ok ok das war nicht gut das war auch nicht gut ja jetzt habe ich es verkackt den Teil habe ich jetzt verkackt die Monster waren dieses Mal gut aber der Teil der war scheiße ja Motherfucker oh man 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 na komm jetzt es sind doch nur zwei Sekunden die ich schneller werden muss das kann doch wohl nicht wahr sein hier so jetzt komm mach das extra weil die Musik so gut ist hier hehehe so ja wieder Zeit verloren ok aber ist nicht schlecht aber so ist nicht schlecht ja aber ungefähr gleich wie vorhin aber vorhin habe ich das hier verkackt vorhin habe ich das hier verkackt ich kann es schaffen ich kann es schaffen jetzt nicht mehr es ist wieder ah man jedes Mal ich werde immer besser und dann verkack ich irgendwo anders wieder was es ist doch behindert also wirklich das ist einfach nur behindert kann doch wohl nicht euer scheiß Ernst sein wir sind jetzt mal ganz anders und gehen hier so durch so ok das war ein bisschen zu viel Schwung ja es ist jetzt der letzte Versuch sonst lass ich es dann hat es keinen Sinn das ist sehr gut komm jetzt jaaa jaaa ist wieder scheiße wenigstens habe ich da den Dreh langsam raus was doch super ist ja es reicht nicht es reicht nicht oder jaaa nein vierhundertstel sag mir nicht es fehlen vierhundertstel nein weil wegen dem einen zusätzlichen Monster ne also das vierhundertstel scheiße auf letzter Versuch und so ne 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 okay wir machen das so come on und hopp dann ne 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 ich halt von Anfang an beide mit soaa und los ja jetzt hab ich wieder hier verkackt scheiße ey das sag ich ja mach ich etwas gut mach ich das nächste dann wieder falsch aber das könnte jetzt funktionieren oder come on nein warum verkacke ich jedes Mal etwas anderes das geht doch gar nicht das ist ja das ist ja nicht möglich dass ich alles perfekt mache und dann ganz am Ende mache ich wieder was falsch etwas was ich vorhin noch nie falsch gemacht habe warum na komm jetzt muss ich es aber hinkriegen oder was mach ich denn jetzt wieder auf hier falsch was mach ich denn jetzt wieder auf hier falsch das ist auch wieder sowas plötzlich funktioniert das nicht mehr i don't fucking get it wirklich nicht ne das schaff ich nicht wie denn ja ach ach fucking hell das kann doch wohl nicht wahr sein he ah got the got the got na komm da mach dein turbo line komm na sehr gut ich glaube ich bin sogar eine Sekunde schneller als sonst jetzt ich bin ja auf allen drei Stangen einmal gewesen frag mich nicht wie ich das hingekriegt habe aber ihr habt es hingekriegt aber das ist gut oder das ist ein guter Versuch ja 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 er hat den sprung nicht gemacht ich habe etwa drei mal gedrückt er macht den sprung nicht es ist wieder 29 also langsam habe ich keinen bock mehr bin ich ehrlich mit euch langsam habe ich absolut keinen bock mehr du das ist wirklich der allerletzte Versuch und dann scheiße auf diese blöden Schreine da dann gehe ich ins schlurze Gebiet ja komm schon ja nee komm Level verlassen ich habe jetzt guck mal das ist das allererste Mal dass ich plötzlich auf den da gesprungen bin ja es ist mir zu doof es ist mir absolut zu doof die sind richtig geil diese Schreine aber nee brauche aber nicht sag du mir wo ich hin muss ich weiß auch nicht Schnellreise was ist das da das ist ein Portal sicher was ist das denn für eins ein Angelplatz okay nee das fange ich gar nicht erst an die Scheiße hier ähm wo muss ich denn hin überhaupt ich weiß es nicht ich glaube ich bin komplett am falschen Ort gehen wir mit der Schnellreise hier hoch bin ich da näher ja viel näher guck mal ähm da hoch muss ich okay dann machen wir morgen ne für heute ist äh genug ich bedanke mich beim Zuschauen wünsche euch einen ganz ganz schönen Tag macht's gut meine Lieben tschüss